Aber ich find das auch nicht geil, wenn Frauen so mega klein sind, tatsächlich ich bevorzug das, wenn Frauen so 1,70 sein vom Kopf kleiner sind als ich. Digga, ich bevorzuge Männer, ich kenn das perfekte Lied, wo ich das machen kann, warte ich mach das kurz. Digger, warum sind eigentlich diese Royal Family, warum sind die gerade von allen berühmt so? Was haben die geleistet? Äh, Brexit. Wir tragen alle eine Mitverantwortung, dass die Höheren in unserem Land entschieden haben, diesen sinnlosen Krieg zu führen. Oh, Junge. Das hat gezecht, Junge. Ich mein, oh nein. Wala, die Leute können nicht fahren. Das ist doch nicht so schwer. Gute Idee. Wo ist denn der Waffenladen? Ey, drop mal ne Waffe, dann helf ich dir, drop mal ne Waffe. Ey, die Polizisten sind so unfähig, Alter. Stehen bleiben, als ob der sich noch irgendwie bewegen kann. Genau, Kollege. Sie haben mehrmals Leute angefahren, unter anderem mich schon zweimal. Sie sind festgenommen, weil sie ein fetter Hurensohn sind. Ich glaub, der bricht grad das Auto auf. Sympathisch. Äh, hier sollen wohl Liebe unterwegs sein, die, äh, mit Waffen Leute bedrohen und Geld klauen. Deshalb werd ich mal hier, äh, sie auf Waffen fensten. Die hab ich in der Mülltonne gefunden, die kannst du haben, wenn du willst. Kannst du konfiszieren. Ich hab damit nichts gemacht. Jetzt wird er mich ernsthaft festnehmen, Junge. Geht da mir auf den Sack, ey. Wir haben auch beide dieselbe Idee hatten. Ey, du da. Nimm dir noch, nimm dir noch. Nimm dir noch, nimm dir noch. Schisch, Digga. Ja? Eih mich mal, ich hab leichte Probleme. Dankeschön, ich liebe dich. Dafür gibt's Blowy. Ey, da ist der Baby als Flagge. Okay, ich fang an. Let me get it started. T to the end. Junge, pisse dich jetzt mal von meinem Kopf. Du hast hier nicht da reingeben und einmal drauf. Schläfer ihn ein. Schläfer dich gleich ein, Digga. Geil, mach mal bitte. Das Leben hat keinen Sinn mehr. Okay. Das ist gut fürs Tier. Oh, der arme Hund. Was hat er Ihnen denn getan? Das ist Elektroschock-Therapie. Oh, Junge, jetzt muss ich mal genauestens zielen. Aber das muss ja noch die 15. Kreuzimpfung geben. Ach so, die 15. Kreuzimpfung. Mit ein bisschen Geld können sie das machen. Das ist tatsächlich ein cooler Trick. Eine Impfnebenwirkung ist, dass jetzt hier tatsächlich Geld und rote Flüssigkeit fallen lässt. Hallo. Wie hat es mir gerade angefangen? Kannst du mich bitte auf einen Mann zu nehmen? Oh, 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 oh. Bisschen Geld. Lifehack. Jeden Tag eine gute Tat. Und deine Mutter, die ficke ich jeden Tag hart. Wenn dein Hund mir einen bläst, dann mache ich vielleicht Spender. Ja. Ja, hier. Jetzt ist hier aber was. Ich glaube, der eine ist atmen, der hat dich gerade versucht zu greifen. Jetzt ist das zu einem Deathmatch. Ich bin... Ich bin... Der Huren so, Digger. Ich bin... Ich bin... ARD Text im Auftrag von Funk